Der Einklink-Rohrschiebebügel eignet sich zum bequemen und rückenschonenden Verfahren leerer und beladener Palettenfahrgestelle. Die robuste Stahlrohrkonstruktion wird einfach mit den kräftigen Verbindungsklauen an der Stirnseite eines Fetra-Palettenfahrgestells angesetzt und eingerastet. Der hautsympathische Softgrip-Bezug auf Bügel und Querrohr wirkt dabei druckentlastend und kälteisolierend. Nach Gebrauch wird der Einklink-Rohrschiebebügel durch Betätigung des Fußpedals gelöst und kann auf den zwei Hilfsrollen kräfteschonend verfahren werden.